Hallo liebe Brettspielgeeks, heute stelle ich euch das Spiel Flow am Po vor und das ist ein Kinderspiel, das ist von zwei bis vier Spielern und ab vier Jahren kann man das spielen. Das Spiel ist relativ einfach und schnell erklärt und die Regeln, die zeige ich euch jetzt hier. Ja, Flow am Po ist relativ einfach erklärt und relativ schnell erklärt, wir haben insgesamt vier Hunde und sechs Flöhe, die jeweils hier so an dem Hund haften, ja mit so Klett und wir haben vier Würfel, die vier Würfel brauchen wir allerdings nur bei der fortgeschrittenen Variante, das heißt wenn wir die einfache Variante spielen, legen wir zwei Würfel erstmal weg. Wenn wir mit vier Spielern spielen, nehmen wir alle vier Hunde, mit drei jeweils nur drei und so weiter. Auf jedem Hund muss am Anfang ein Flow sitzen und zwei Flöhe, die übrig bleiben oder drei je nachdem, liegen in der Tischmitte. Jetzt fängt der Spieler an zu würfeln und wir haben hier ja noch diese Wegefelder, die kann man auch beliebig erweitern. Ich habe jetzt hier nur die Hälfte der Felder rausgelegt, die anderen Felder habe ich in der Schachtel gelassen, somit haben wir jetzt einen mittleren Weg und das Spiel dauert dann nicht ganz so lange. Ja, man kann also hier die Länge des Spiels auch variieren. Jetzt würfelt der erste Spieler und sagen wir mal, ich bin jetzt der rote Hund und ich habe jetzt folgende Farben gewürfelt, einmal lila und einmal blau. So, hätte ich, ja, jetzt nehme ich mir praktisch von dem Hund, der blau ist, den Flow weg und pappe ihn bei mir dran und den lila Flow, den klaue ich auch praktisch bei dem anderen Hund und pappe ihn bei mir dran. So, und jetzt darf ich, zähle ich die Flöhe, ich habe drei Stück an meinem Hund und darf jetzt praktisch eins, zwei, drei Wegefelder laufen. Jetzt ist der nächste Hund am Zug und da würfle ich jetzt zum Beispiel ein gelb und ein orange und wenn das jetzt der schwarze war, dann nimmt er sich von der Tischmitte den gelben Flow und den orangen Flow, zählt seine Flöhe, eins, zwei Schritte dafür gehen. Der nächste Hund wäre dran und jetzt haben wir gelb und grün. So, jetzt würde der grüne Flow hier rüber hüpfen und der gelbe müsste von hier zu diesem Hund springen. So, und der darf jetzt auch zwei gehen. So, und jetzt der nächste als Beispiel. So, jetzt haben wir grün und orange. Jetzt wird dementsprechend orange hier abgemacht und grün hier abgemacht und hier dran gemacht. Der darf dann auch zwei gehen. So, was passiert, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin der Weiße und ich habe jetzt orange und grün gewürfelt und ich habe orange und grün aber schon auf meinem Hund sitzen. Dann muss ich hingehen und beide Flöhe abgeben und zwar einem Mitspieler, das kann ich selbst entscheiden. Am besten natürlich der, der vielleicht nicht ganz vorne ist und sage jetzt mal, ich gebe einem Flow ihm und ein Flow ihm ab und habe dann keine Flöhe mehr, weil ich diese zwei Farben ja gewürfelt habe. Habe ich also ein grün und ein gelben gewürfelt und hätte hier ein grün und ein orangen zum Beispiel drauf gehabt, dann muss ich nur grün abgeben und gelb darf ich mir dann von dem anderen Mitspieler nehmen und hätte somit hier wieder zwei und dürfte zwei vorgehen. Das sind auch schon die einfachen Regeln. Bei den schwierigeren Regeln nimmt man sich noch die anderen zwei Würfel zur Hand und da ist es so, da guckt man, wie viele Wegefelder insgesamt belegt sind. Sagen wir mal, hier sind jetzt eins, zwei, drei Wegefelder belegt und das heißt, ich würfele mit drei Würfeln, wenn ich dran bin. Wenn ich dran bin und es sind nur zwei Wegefelder belegt, dann würfle ich mit zwei Würfeln und das gleiche dann mit vier Würfeln und so weiter. Und das sind dann die fortgeschrittenen Regeln. Man nimmt aber dann alle Plättchen sozusagen, um das Spiel ein bisschen schwieriger zu machen. Und das waren auch schon die Regeln für Flow am Po. Ja, wie ihr gesehen habt, sind die Regeln super, super easy. Man kann das den Kindern sehr schnell erklären. Es sind nur Farben und man muss dann nur drei Sachen zählen. Also ehrlich gesagt, finde ich, das Spiel funktioniert auch schon ab drei Jahren. Wahrscheinlich will man hier auf Nummer sicher gehen. Vielleicht sind nicht alle Kinder so, aber ich meine, jeder kann Farben lesen. Und man kann dann halt hier seine Wege ablaufen. Und das Gute finde ich auch, dass man die Spiellänge variieren kann. Das heißt, wenn man sieht, das Kind ist nicht sehr lange aufnahmefähig, dann macht man nur einen kleinen Weg. Oder wenn man etwas Herausforderendes haben will, dann nimmt man den kompletten Weg und spielt dann die erweiterte Version mit vier Spielern. Das Material ist wirklich top. Also da muss ich Zoch sagen, das machen die immer wunderbar. Also wirklich sehr hochwertige Holzhunde. Das macht auch sehr Spaß. Und auch die Idee mit diesen Flöhen hier, die immer wieder dran zu machen, wieder abzumachen, ist halt für Kinder auch, macht halt auch Spaß. Ist auch witzig. Und dann kann man auch seine Flöhe den anderen Mitspielern halt geben und so. Und da muss man halt auch ein bisschen überlegen. Und kann dann mit dem Hund hier einfach lang watscheln. Und der Erste, der hier dann angekommen ist, der hat dann gewonnen. Das Spiel ist für Kinder voll in Ordnung. Man kann damit wirklich seine Zeit vertreiben. Es dauert insgesamt 15 Minuten. Ich glaube, das ist auch, wenn man mit vier Spielern spielt, mit vier kleinen Kindern, sage ich mal, oder mit drei kleinen Kindern und ich als Erwachsener dabei, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger als 15 Minuten. Aber es ist trotzdem sehr schnell gespielt und man würfelt relativ schnell und kann die Flöhe sozusagen immer hin und her hopsen lassen. Mein Kritikpunkt an diesem Spiel ist, die Spieleverpackung ist mega groß. Also das hier, das kriege ich alles auch in eine viel, also Minimum die Hälfte, wenn nicht sogar kleiner, kriege ich alles genau da auch rein. Nein, also ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht Verkaufsstrategie, würde ich sagen, dass das eine große Packung ist und man denkt, da ist viel drin oder so. Aber es ist halt total unpraktisch, das mit in den Urlaub zu nehmen. Ich würde nie so eine große Packung mit in den Urlaub nehmen für die Kids. Es wäre viel besser, wenn das in so einer kleineren Packung drin wäre. Also ich denke, wenn ich das Spiel mit in den Urlaub nehme, packe ich mir alles in eine Tüte rein. Aber ich werde nicht mal nicht die Packung mitnehmen. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten das Spielmaterial, gute Qualität und das Spiel an sich auch sehr zu empfehlen. Es ist sehr schnell erklärt, keine komplizierten Regeln. Jedes Kind versteht das sofort, also von uns ein Empfehlenswert. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Brettspielgeeks und bis zum nächsten Mal. Ciao!